Hallo und Willkommen zurück im Knast! Ich muss jetzt erstmal schauen... Ich würd sagen, den schalten wir aus, wenn er hier ankommt, oder? Noch siehst du mich nicht? Okay, komm! Oh, du gehst wieder zurück? Das ist ja eher meh! Das ist ja eher... Das gefällt mir ja nicht so. Du bist ein Stockwerk höher... Wenn ich dich jetzt... Nein! Okay, gut! Ähm, das klappt nicht... Das klappt nicht... Ich muss erst die Leute oben ausschalten. Und dann... Oh, 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 oh! Das ist ja noch... Ich muss erst... Ich muss erst... Und dann... Ich muss erst... Ich muss erst... Vielen Dank. Scheiße, wie soll das denn gehen? Kann ich dich ausschalten? Oh, warte, da kann ich eine Waffe mitnehmen. Pack die mal weg, bitte. Hol dein Handy wieder raus. Kann ich dich hacken? Nein. Was? Von wem wurde ich denn entdeckt? Es kann natürlich sein, dass ich einfach andersrum schleichen muss. Was? 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 Ja, das klappt gut. Oh, ichke. Das meinte ich eigentlich nicht. Um... Was? 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 Toll. So, dann warten wir, bis der weg ist. Er geht, glaube ich, nicht um den Pfosten, oder? Nein. So, ich weiß, dass ich immer... So, jetzt geh. Sehr gut. Hier kann ich... Ach, du... Ach so, jetzt muss ich wieder von hier hacken. Ach, Junge. Geh doch bitte da zu dem anderen Fenster. Ja, das ist viel cooler, glaub mir. Da ist nichts. Guck mal, da drüben ist ein Computer, den kannst du dir angucken. Oh, ist das Äpfel. So. Okay, jetzt haben wir schon mal das gehackt. Guckst du dir draußen die Straße an, oder was? Alter. Was muss ich denn da noch hacken? Das ist ein, 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 das ist ein. Vielen Dank.